Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind mit sehr viel Herzblut und sehr viel Mut jeden Tag am Werken und dann ist es halt besonders schön, wenn so ein Rahmen dann auch geboten wird und das ausgezeichnet wird und gewürdigt wird. Man ist dann natürlich immer überrascht, dass es dann klappt und dass die Arbeit dann auch honoriert wird mit einem Preis und Austrian Leading Companies ist ja nicht irgendetwas, sondern das ist ja auch Österreich ein sehr renommierter Preis und insofern hat China eine gewisse Aussagekraft und wir freuen uns natürlich sehr. Ich glaube das ist für jeden hier eine Auszeichnung, der heute einen Preis bekommt. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann. Man macht wieder den Event, dass man die Möglichkeit, die Plattform bietet für die Unternehmer, für die Erfolgreichen und Fleißigen zu sagen, wo stehe ich auch nach der Krise und ich glaube das ist der perfekte Rahmen dafür wie immer und ich bin froh, dass wir das auch wieder live erleben dürfen. Ganz klein angefangen im Keller im Haus meiner Eltern und heute nach 25 Jahren diesen Preis zu bekommen, macht große Freude. Es motiviert und es ist ein Dankeschön für die Mitarbeiter. Das ist ein wichtiges Ereignis, das ist ein wichtiges Zeichen auch der gesellschaftlichen Anerkennung und ich bin überzeugt, dass wir den Wirtschaftsstandort Burgenland mit diesen erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer auch in Zukunft gut voranbringen werden. Wir haben das Glück, dass wir in den letzten zehn Jahren jetzt am Treppchen waren, also bei den ersten dreien. Das heißt, wir haben nachhaltig bewiesen, dass wir ganz gut unterwegs sind und wirtschaftlich erfolgreich heißt ja nur, dass man in unserem Fall wirklich den Geschmack des Konsumenten trifft und das freut uns natürlich sehr. Wir werden feiern, absolut ja, mit burgenländischem Rotwein, so wie es gehört.